Guten Morgen, Leute! Accident Crew, heute mal in Leverkusen. Und zwar Leute, wir haben Ferien, bzw. ich hab Ferien. Und das heißt Arbeit. Ich geb nen Workshop in Leverkusen. Ja, ich hab jetzt nicht so viel gefilmt. Also heute Morgen eigentlich gar nicht. Nur halt ab und zu bei der Fahrt. Die ist so lange. Ich muss immer ne Stunde hierher fahren. Über ne Stunde. Und dann hier drei Stunden Workshop. Und dann wieder ne Stunde nach Hause. Ja, ich zeig euch einfach mal, was ich heute noch so machen werde. Viel Spaß! So Leute, ich hab's jetzt geschafft mit dem Workshop in Leverkusen. Und ich bin gerade auf dem Weg zur Bushaltestelle. Und dann hab ich wieder ne Stunde vor mir. Dann mach ich mich fertig. Und wir treffen uns heute alle bei Simon. Da nehm ich euch natürlich auch mit. Und ja. So Leute, seht ihr den Günther? Der begrüßt mich immer. Ich muss immer an ihm entlang. Guten Tag Leute, das ist meine Mama. Mama sagt Hallo. Hallo. Guten Tag Leute. Oh nein, hier kommen wir aus. Das ist Bambus. Das ist Rabea. Hallo. Wir waren eben kurz bei mir zu Hause. Haben ein Köpfchen geraucht. Haben hier Teig von Crêpes gemacht. Weil wir bei Simon auch Crêpes machen werden. Und Raclette. Auf jeden Fall, wir sind gerade auf dem Weg zu Simon. Wollt ihr was sagen? Meine Schüssel, die ist echt ein bisschen wachklappen. Wir haben einen schönen Abend. Peace out. Wir sind angekommen. Der Groupie am Start. Ja, mein Mutter sagt, wir machen Lack. Jetzt sagt die, hä, wie ist das voll kalt? Warum grillt ihr? Ich so. Der Simon auch am Start kennt eher. Hallo. Haben wir die Mama aus? Selina. Hahaha. 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 Wie? Hh Hahaha. Hh-h initially. Ich hab ihn auf die Karte schnappen. Hh-h which ist das? Hh-h-h-h-h ... Scheppern. Hw-hä-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Das war das! Wir sind wieder zurück. Wir waren ganz kurz in der Shisha-Bar von meinem Onkel. Haben ein bisschen gechillt. Zu spät. Und jetzt sind wir wieder bei Simon. Exilien-Crew. Wo ist der Buch? Mein Tag ist vorbei und ich hoffe es hat euch gefallen. Exilien-Crew, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.